Wie funktioniert die UNO? Wie lösen Staaten aktuelle Krisen? Euch interessieren diese Fragen? Dann bewerbt euch jetzt bei FAU Moon. Noch bis zum 1. August läuft die Bewerbungsphase. Kai war schon mal dabei. Hi! Erklär doch mal, auf was können wir uns freuen? Die Model United Nations sind ein Planspiel, wo ihr in politische Arbeit reinschnuppern könnt und quasi in die Rolle von Diplomatinnen und Diplomaten schlüpft. Uff, das ist aber ganz schön trocken, oder? Ne, ne, also da hat man schon ganz besonderes Teamgefühl in der Gruppe und neben den Seminareinheiten habt ihr auch noch Konferenzen, Verhandlungstraining und Sprechtraining. Kai, noch ein Grund, warum ich mich bewerben sollte? Ein Highlight ist natürlich die Reise nach New York zu den Vereinten Nationen bei einer Konferenz mit über 4000 anderen Studierenden. Aber es gibt auch noch ganz viele andere Gründe dafür. Ja, schieß los! Also, ihr bekommt dafür auch noch ECTS-Punkte. Wir fahren gemeinsam nach Berlin und ihr lernt ganz viele tolle neue... Ja, ja, ein Q&A und mehr Infos zur Bewerbung, die findet ihr online. Oder ihr checkt einfach unsere Instagrams.